Hallo lieber Alexander, ich grüße dich. Ja, sei gegrüßt Frank, ich freue mich. Ja, wir machen jetzt mal einen kurzen Hinweis und zwar sind wir unseren Zuschauern noch einen Livestream schuldig. Und zwar hatten wir ja bei der Folge Völkischer Okkultismus ganz am Ende, weil wir da schon so lange miteinander gesprochen haben, angekündigt einen Livestream noch im Nachhinein nachzuholen. Und der findet jetzt statt. Am 23. Das ist ein Donnerstag um 19 Uhr auf deinem Kanal. Genau, 23. Februar, also in wenigen Tagen. Ihr habt auch die Möglichkeit schon mal unter dieses Video eure Fragen zu stellen. Während des Livestreams könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, aber es ergibt ja Sinn, wenn ihr jetzt Fragen habt, wo wir uns vielleicht auch nochmal schlau machen müssen, um da keinen Unsinn zu erzählen, dass ihr die Fragen jetzt schon stellt. Und ja, ich würde sagen, Alexander, ich freue mich auf Donnerstag. Ja, ebenso. Ich freue mich auch riesig. Und natürlich auch auf unsere Zuschauer. Und ja, wird eine tolle Sache. Ich freue mich. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.